Der Wanderer über dem Nebelmeer von Kaspar David Friedrich Der Wanderer über dem Nebelmeer wurde um 1818 vom deutschen Künstler Kaspar David Friedrich mit Öl auf Leinwand gemalt und ist heutzutage in der Kunsthalle in Hamburg zu finden. Das unsignierte Bild zeigt die Rückenansicht eines Mannes in dunkelgrüner Kleidung auf einer Felsspitze. In seiner stolzen aufrechten Haltung, seine rechte Hand in die Seite gestemmt und den linken Fuß auf einem höheren Stein platziert, ähnelt er einem Eroberer. Während seine hellbraunen lockigen Haare im Wind wehen, scheint es, als würde der Wanderer die Landschaft in sich aufsaugen wollen, indem er über das dichte weiße Nebelmeer schaut. Hier und da ragen einzelne, zum Teil mit Bäumen bewachsene Felsspitzen empor. Seinen Blick wendet er dabei leicht nach links, zu dem höchsten Berg im Bild. Ob er sich hier schon sein nächstes Ziel aussucht? Das Werk kann man in zwei Schichten unterteilen. Während der vordere Fels zusammen mit dem Wanderer im Gegenlicht sehr dunkel wirkt, erscheint vor ihnen ein weites, helles Panorama. Der Mann wurde hier im Zentrum platziert, während links und rechts die Berglinien symmetrisch nach unten fallen. Dabei ordnet sich die Figur keinesfalls der Natur unter, sondern nimmt uns sogar etwas Sicht. Während die Identität des Wanderers unbekannt bleibt, wurden einige Felsformationen wiedererkannt. So ist im rechten Bildausschnitt der Zirkelstein und in der Mitte der Gammrich bei Raten zu erkennen, der Mann steht derweil auf der Kaiserkrone. Alle diese Berge sind Teil der sächsischen Schweiz, jedoch kombiniert Friedrich hier die unterschiedlichen Elemente zu einer Gesamtdarstellung. Das Gemälde lädt durch die Rückenansicht, wie viele weitere Werke Friedrichs, den Betrachter dazu ein, durch seine Augen zu blicken. Man kann das Gefühl erahnen, wie es dort oben auf dem Berggipfel sein muss, wie stolz der Wanderer seinen Aufstieg nun genießt. Das Bild wurde zu einem vielfach verwendeten Symbol der Romantik. Musik Musik Musik